Mercedes hat eine unheimlich breite Modellpalette. Die beginnt bei der A-Klasse, geht rauf bis zum GLS von Maybach. Und dazwischen gibt es ganz viele Nischen und eine Nische ist die der Offroad-Kombis. Da ist mir der liebste der von der E-Klasse, nämlich der neue Altara. Vor Mercedes ist wirklich keine Nische sicher. Doch dabei agiert der Konzern aus Stuttgart natürlich nicht willkürlich, sondern geht dabei höchst analytisch vor. Ein Ergebnis dieser Analysen ist die jüngste Spielart der E-Klasse. Doppelarmelle im Kühlerkring, eine geänderte Luftfederung, nämlich die gibt es nicht nur hinten, sondern auch vorne und auf Bedarf mehr Bodenfreiheit. Das ist also keine reguläre Version der E-Klasse als Kombi, sondern das ist ein Altara und somit das Bindeglied zwischen dem herkömmlichen Kombi und dem hochbauenden GLE. Doch egal welche Funktionen der Altara hat, ein Auto ist nur so gut, wie es fährt. Also, auf geht's, packen wir's! Doch bevor es wirklich losgeht, zu den Basiseckdaten. Das Altara-Modell basiert auf dem T-Modell der E-Klasse. Kunststoffanbauteile rundum und die schon beschriebene Doppellamelle im Kühlergrill sollen die gesteigerte Robustheit ausdrücken. Technisch übernimmt die Luftfederung an beiden Achsen die Führung, denn dank ihr kann der Altara auf Bedarf um 4,6 cm angehoben werden. In Kombination mit dem 4-Matic Allradantrieb lassen sich auch nicht befestigte Wege sicher erkunden. Doch klar, der Fokus liegt hier auf Lifestyle und nicht bei harten Offroad-Passagen. Motorisch geht's los bei dem 220d. Das ist ein Mild-Hybrid. Das heißt, man hat 197 PS aus dem Diesel und dazu noch 23 PS aus dem Elektromotor. Das reicht für die meisten Ereignisse auch völlig aus. Außer man will halt wirklich einen Bergpass nach dem anderen bügeln, dann ist es vielleicht ein bisschen zu wenig. Da braucht man dann den nächststärkeren Motor. Mit dem bin ich unterwegs. Das ist die Motorisierung 300DE. Das ist ein Plug-In-Hybrid. Hat auch 197 PS aus dem Verbrenner und zusätzlich 129 PS aus dem E-Motor. Und das führt zu einer Systemleistung von 313 PS und 700 Newtonmeter Drehmoment. Und damit lässt sich halt wirklich jeder Berg zu einem Hügel degradieren. Dabei sitzt man in der wohl aktuell schönsten Fahrgastzelle von Mercedes. Vor allem die Auswahl der verarbeiteten Materialien und die Qualitätstiefe wissen zu überzeugen. Dominierendes Element ist jedoch der Superscreen. Er besteht aus drei Displays, die das gesamte Cockpit bespielen, wovon der dritte Bildschirm vorwiegend für das Entertainment des Beifahrers verantwortlich ist. Was den Altara natürlich vom normalen Kombi der E-Klasse unterscheidet, das sind die Offroad-Funktionen, weil 4MATIC gibt es für einen normalen Kombi auch. Es gibt hier eine Anzeige, die dir ein fancy Gyroskop gibt, ein Kompass, auch die Anzeige, wo die Energie gerade hingeschickt wird, also an welches Rad und eine gläserne Motorhaube. Und die ist besonders wichtig, um das Auto auch vor Beschädigungen zu schützen. Denn die Teileliste von Mercedes ist eine hochpreisige. Und man kann, da ist ein Plug-in-Hybrid, ist auch über 90 Kilometer rein elektrisch unterwegs sein. Das ist nicht schlecht für einen Kombi. Rein elektrisch und flüsterleise zum noblen Bergschalé. Eine Vorstellung, die zum Altara-Modell des T-Modells der E-Klasse gut passt. Mercedes bedient mit dem Altara-Modell eine breite Palette von Bedürfnissen und fügt der gesamten E-Klasse Baureihe einen kräftigen Schuss Lifestyle hinzu. Und ganz nebenbei enthüllt die dritte Generation des Altara eine neue schillernde Facette des Oberklasse-Kombis. Die E-Klasse ist eine konstante in der Modellpalette von Mercedes. Und ja, der Grundton ist vielleicht ein wenig konservativ, doch man darf dabei nicht vergessen, dass über 50 Jahre an Weiterentwicklung in der E-Klasse steckt. Und das Altara-Modell bringt den notwendigen Schuss Lifestyle mit. Nämlich, das unterstreicht die Ambitionen von Mercedes selbst, für jeden Autofahrer den perfekten Mercedes anzubieten. Wie bewirbt man 2024 ein Modell? Na gut, eine große Werbekampagne, das macht wohl jeder. Dann sollte das Auto auch noch gut sein, das schadet mal garantiert nicht. Und wenn man beim Fahren dann auch noch das Gefühl hat, man ist mit etwas Besonderem unterwegs, dann hilft das bestimmt auch beim Verkauf. All das trifft auf den Land Rover Defender zu. Doch Land Rover sagt, das reicht nicht. Wir gehen noch einen Schritt weiter. Wir machen ein House of Defender. Wenn man an den Land Rover Defender denkt, hat man in der Regel nicht nur das Auto, sondern auch die passende Umgebung dazu im Kopf. Wälder, Wiesen, Flussdurchquerungen. In jedem Fall spielt sich dieser Gedanke Outdoor ab. Und trotzdem lädt Land Rover ins Defender-Haus. Und das steht nicht etwa irgendwo in der Steppe, sondern mitten in Wien im Arsenal. Jetzt der Grad ist eher weniger los, aber natürlich gab es ein rauschendes Fest zur Eröffnung. Und natürlich waren wir mit dabei. Gutes Essen, flotte Musik und handverlesenes Publikum lassen die historische Ballonhalle erbeben. Im Fokus des Geschehens steht der Defender und das Motto Unmögliches möglich machen. Abgesehen von der illustren Abendveranstaltung geht es beim Defender-Haus auch um das tagtägliche Erleben der Natur. Also das schaut ja super aus da und bringt auch dieses Defender-Thema wirklich gut rüber. Holz, Stein und weitere Naturmaterialien erwarteten alle Defender-Fans während der zehntägigen Öffnungszeit. Die perfekte Umgebung für die britische Geländelegende. Also so ist der Defender ja wirklich ein Blickfang, aber bei einem Auto, speziell bei so einem Auto, geht es ja eher ums Fahren und nicht nur ums Anschauen. Und da hat sich Land Rover was Besonderes einfallen lassen. Eine standesgemäße Stadtflucht im Land Rover Defender, der mehr ist als nur ein Modell. Denn den Defender gibt es mit zwei Radständen und drei Karosserie-Varianten. Außerdem herrscht unter der Motorhaube ein umfangreiches Angebot. Es gibt Sechszylinder-Dieselaggregate mit einer Leistung von 200 bis 300 PS sowie Benzinmotoren mit einem Leistungsspektrum von 400 bis 525 PS und ein effizientes Plug-in-Hybrid-Modell mit 400 PS. So, und ab geht's am Annaberg mit einer coolen Konfiguration, wie ich finde. Der kürzeste, aber stärkste Defender. Also für die Stadt ist der 90er Defender super. Wobei, ich muss ein bisschen aufpassen, mit dem Gaspedal hat er dann doch 525 PS. Ziel der vom Kompressor geladenen V8 akustisch untermalten Pfad ist ein Pop-up-Lokal von Haier Molchow. Wenn wir etwas Besonderes machen, dann machen wir Feuer. Die werden ja mit dem Auto Gelände fahren. Die kommen im Schnee. Wir haben tiefsten Schnee. Also du brauchst gute Autos. Und wir empfangen sie hier mit einem Feuer. Feuer ist warm, Feuer ist herzlich, Feuer umarmt dich. Und Feuer ist etwas sehr Emotionales, ja. Und wenn du ein Auto kaufst, ist das sehr emotional. Und wenn du ein emotionales Essen, ist das ein Parallel. Die bekannte Gastronomin findet noch weitere Gemeinsamkeiten, die Autos und Essen verbinden. Qualität, also du darfst nicht an guten Sachen sparen. Es ist erstmal beim Autofahren auch die Sicherheit dazu. Und beim Essen die Gesundheit. Also beides ist sehr wichtig, dass der Qualität stimmt. Qualität vor Quantität. Das trifft auf das Defender-Haus auf jeden Fall zu. So trifft die Klassik auf die Moderne. Ein Auto mit historischem Namen wird auf die wohl zeitgemäßeste Art und Weise unter die Leute gebracht. Mit Eventcharakter und ganz viel Aufwand. Und so macht das auch Spaß. Und genau darum können wir uns auch in Zukunft auf viele weitere solche Aktionen freuen. Ganz bestimmt. Wir waren mit der Willhaben App auf der Suche nach einem französischen SUV und gefunden haben wir diesen Renault Austral. Der Austral bietet tolles Design, kombiniert mit moderner Technik und vor allem gute Platzverhältnisse. Herausragend am Renault Austral ist, dass er die Insassen mit seinem feinen Fahrwerk und Komfort-Features richtig verwöhnt. Das Modell, das wir gefunden haben, ist ein Vorführmodell mit 5000 Kilometer am Tacho. Kostet 36.590 Euro und ist im Autohaus Sonnleitner in Salzburg-Stadt zu finden. Für heute sind wir durch mit Go, aber fix ist, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin empfehle ich unser Motor-Netzwerk unter www.go-motormagazin.at. Hier ist auch schon die Web-Adresse eingeblendet. Aber von meiner Seite war es das jetzt. Servus und Baba. Nächste Woche in Go. Wir fahren den brandneuen VW Tiguan und das Mercedes CLE Coupé. Also unbedingt wieder einschalten. Go. Powered by Turmöl. I gots! I gots! I gots! I gots! I gots! I gots! I gots!